So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Snapshot-Vorstellung, denn heute, ausnahmsweise bin ich mal zeitigst dran, ist der Snapshot 16W43A rausgekommen und da gibt es einige kleine Änderungen und Bugfixes von Dingen, die nicht mehr funktionieren, aber vorher funktioniert hatten, die aber vorher schon buggy waren und deswegen jetzt gefixt wurden. Gut, Neuerungen gibt es in dem Sinne keinen, keine wesentlichen dazu, bis auf vielleicht eine Sache, die ist vielleicht erwähnenswert und zwar wächst diese neuen Mobs hier, das wären ja hier die kleinen Flubberviecher, die können durch Blöcke durchfliegen und alles mögliche und das wird natürlich auch Portalblöcke betreffen, ab sofort können diese dir durch den Obsidian-Rahmen folgen. Also ich habe ein kleines Brutalbauer, 1, 2, 3, 4, dann nach oben, dann hier auch nach oben. Gut, und dann schieben wir da mal so einen Wechs mit rein oder so und dann sollte das funktionieren. Äh, ja. Flint and Steel. Also vorher ging es nicht, weil hier wirklich alles, durch, durch alles durchgeflubbert sind, aber jetzt sollte es gehen. Wenn ich also drin platziere oder drin spawne, sollten die eigentlich, ja gut, einer ist gerade verschwunden, leckt gerade ein kleines bisschen irgendwie. Geht doch eigentlich, eigentlich sag ich plötzlich, egal, setzt einen rein und der geht durch. Ging vorher nicht und jetzt funktioniert es. Ansonsten, ähm, gibt es noch einen Bug, den kennen wir schon seit langem und der hatte was damit zu tun, wenn man Werkzeuge hatte, die Unbreaking haben. Gut, Unbreaking 3 halt in dem Falle. Und wenn du das halt auf deinem Werkzeug hattest, dann kann es sein, dass du manchmal das Werkzeug zerbrochen hast. Du baust aber was auch, baust und baust und baust, dann geht's kaputt. Und dann klickst du nochmal und hast es nochmal wieder in der Hand. Also ob es so ganz so fingerschnittmäßig so schnappst, naja, kann ich gerade schnipsen? Saiza. Also ob da aus nichts wieder in den Inventar kommt und, äh, ja, das wird gefixt, das ist ein Bug gewesen, das kaputt bleibt kaputt, kommt nicht mehr vor, verschwindet also wieder. Ich kenn das viel von Projekten, wenn ich viel am Spielen war, sozusagen manche Sachen, ja, ist aufgefallen, ist auch schon sehr, sehr lange im Spiel. Deswegen dachte ich, es wäre erwähnenswert. Ansonsten, das große Phishing-Update. Nein, das große Phishing-Änderungs-Update, wenn ich mal ganz kurz hier, äh, zeigen könnte, ein paar Bugs, die gefixt werden. Was, äh, ich, äh, generell immer kannte auch noch, wenn man, äh, weitestgehend direkt vor sich ein Angel ins Wasser wirft, ja. So random einfach vor sich ein Angel ins Wasser wirft, sieht man auch schon, was geändert wurde, oder hoffe ich? Vielleicht. Also mir fällt's auf, weil ich zeitlang viel geangelt hatte, auch ein Craft-Tag und so. Der Schwimmer hier vorne, der befindet sich nicht mehr ein Block nach oben in der Luft. So, mal FOV angepasst, hat noch so was von der Map drin. Und, äh, ja, du kannst jetzt direkt vor dich werfen. Nein, ein 14-hohes Ding und der bleibt immer direkt an der Oberfläche. Es hat mich auch vorher so ziemlich gestört, aber wurde jetzt geändert wieder. Finde ich praktisch, hat als Bug gezählt und endlich, finally, endlich, habt ihr mir das, ja, gefixt und so. So, okay, dann die nächste Sache. Manchmal ist die Fishing-Line irgendwie falsch kalkuliert worden. Ich glaube, eine Off-Hand oder so, das geht jetzt immer bis, genau, exakt zur Spitze vorne. Und, ähm, vielleicht auch noch eine andere kleine Sache. Und zwar, achso, achso, genau, hier, wenn man die FOV geändert hatte, war das manchmal auch nicht so, dass, äh, die Leine komplett gefolgt ist. Es wurde ein bisschen angepasst, jetzt sieht's zumindest ein bisschen näher aus, aber vorher war's, glaube ich, schlimmer. Aber sollte jedenfalls, ebenfalls mit angepasst sein. Ähm, andere kleine Geschichte. Und zwar kann man zuverlässiger mit einer Angel jetzt Items ziehen oder packen. Also beispielsweise, wenn ich mal da hier einen Block hinschmeiß und, äh, Gras kann es abfedern. Es funktioniert eigentlich zuverlässiger. Also, ja, zieht's nach hinten. Wir hatten's ja mal gezeigt, dass manche Entities einfach gegrabt werden können und jetzt klappt's eigentlich bei jedem Mal. Festgehakt, gezogen und es wird sofort gezogen. Ansonsten hatte ich das auch mal gezeigt, da ging's nur alle zwei bis drei Mal. Man musste ein bisschen rumprobieren, weil es funktioniert hat. Letztens, oh, das war daneben geworfen. Aber da kann man doch ein Minigame draus machen und so, weil jetzt ist echt zuverlässig. Des Weiteren gilt das übrigens auch noch für TNT. Wenn wir also beispielsweise TNT irgendwo setzen, flupp, und dann können wir das ebenfalls ein bisschen besser mit der Angel ziehen. Also ich hab's jetzt zweimal nach vorne gezogen und funktioniert ebenfalls besser. Okay. Dann noch eine kleine Sache und zwar, wenn wir Weizen hatten, also, warte mal kurz, brauche ich eine Hake. Dann brauche ich Seeds und dann brauche ich Bone Meal. Also, vorher konnte man nicht durch Weizen eine Angel durchwerfen, weil das als solider Block gezählt hat. Jetzt geht man hin und wirft die einfach durch und es fliegt einfach durch den Block durch, weil vorher nicht so war wie so ein fester Block, so boop, boop, und jetzt kannst du durchwerfen. Dasselbe zählt auch für Rails, also für Schienen zum Beispiel. Und als letztes auf der Liste eigentlich so nebenbei, das Woodland Mansion hat einen neuen Raum. Heißt hier Mansion und dann 2x2-S1 und sieht so aus. Das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus mit dem Obsidian und der Lava, aber hat natürlich wieder eine kleine, spezielle Geschichte. Wenn wir da mal so, also ein Lava-Würfel, ne, da steckt ein Diamantblock drin und den kann man sich holen. Also, äh, gut, jetzt habe ich natürlich kaputt gemacht. Ähm, 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 das sollte nicht passieren. Ich tue mal so, als ob der noch da wäre. Habe ich leider, äh, verkackt. War der da? Nein, noch eins weiter drin. So, jetzt da. Ein bisschen mit Glas kann ich wieder zumachen. Komm schon, yes, endlich. So, jetzt da. Okay, man kann es sehen. Also er steckt praktisch einfach da mittendrin und das war es. Ja, kleine Bugfixes und so. Ich schätze mal, irgendwann kommt eine Pre-Release, weil aktuell passiert ja nicht mehr so viel bei den Neuerungen. Weitere Bugfixes halt noch. Ähm, so, so Sachen, dass, äh, Llamas in Karawanen, sag ich jetzt mal, auch bergabwärts an Hindernissen vorbeifinden und so Zeug. Das ist, sind so kleine Sachen, die kommen immer mehr dazu. Einfach, dass es ein bisschen noch spielbarer wird, wenn man nicht so viele Bugs generell sieht und, äh, ja, Kleinigkeiten eben. Tja, wohin geht die Minecraft-Reisen noch? Ich finde es gut, dass immer Updates kommen. Viele beschweren sich immer, nein, bloß nicht. Aber, A, man kann immer noch auf älteren Versionen spielen, wenn man das neu nicht haben möchte. Das ist ja nicht so. Und ein Spiel entwickelt sich halt weiter. Und im Wesentlichen kommen ja nichts, nicht allzu krasse Sachen dazu. Ich frag mich, wann die ersten Maschinen kommen in einem Sinne von Autocrafting. Vielleicht passiert da ja auch irgendwas. Fänd ihr sowas geil? Weiß ich ja nicht. Dass du sowas wie ein Autocrafting-Table hast, dass du Rezepte automatisieren kannst, mehr Farben automatisieren kannst, mehr so ein Technik-Modpack-Zeugs rein. Wäre sowas interessant? Hm, wäre ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob es für das normale Minecraft so passen ist. Es gibt viele Mods und so, aber egal. Gut, das wär's gewesen vom Snapshot. Alles Weitere gibt's wieder in der nächsten Woche vielleicht. Wenn wieder ein Snapshot kommt, seht ihr auf dem Kanal. Das heißt, wenn Snapshot da ist, mach ich den. Und hoffentlich nicht allzu spät. Bis demnächst, Leute. Lass krachen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.